guten morgen freunde ich werde jetzt meine training machen und auf die straße ist sehr 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 kalt sehr kalt ja das ist der sportplatz heute am morgen ist sehr krass sehr schön aber sehr kalt sehr kalt ja aber ich mache sowieso ich mache sowieso und bis später freunde ich zeige ich zeige euch freunde die sonneaufgang das ist sehr sehr schön nicht wahr und so freunde ich muss wieder wieder zu meiner oma fahren weil ich dort muss helfen aber heute auf die straße nicht so gut nicht so schlecht die sonne scheint auf die straße sonnig und warm aber am morgen früh war sehr kalt sehr kalt ich habe sehr gut sehr gute training gemacht und ja freunde ich werde morgen wieder wieder neues video machen und bis morgen freunde ich wünsche euch schönen tag und bis morgen tschüss freunde